Es ist Zahltag. Wir sind nicht hier, um euch zu resozialisieren, sondern um euch zu bestrafen. Aus diesem Gefängnis komme ich nie raus. Du könntest mir behilflich sein. Welche Kräfte hast du? Du bist schon so gut wie tot. Hat mir gefallen. Loeb wird uns niemals entkommen. Bald sind wir raus aus dem Knast. Für was für ein Gefängnisdirektor halten Sie mich, Herrgott? Ich bin sehr gut zu meinen Freunden. Halten Sie sich für resozialisieren. Ich bin sehr dankbar! Playoff Pictures